Eww, warte, da sind kotzende Viecher. Ach nein, die waren... das waren... Noch nicht. Bli-Blupe. Bleh! Oh mein Gott! Okay, das hab ich gar nicht gesehen. Dumm nur, dass das Spiel ein bisschen verbuggt ist. Was ist hier? Dunkel. Hau, hau, hau! Bad! Ilya, wie bist du da rübergekommen? Ilya mogelt. Ja. Und jetzt? Ich weiß nicht, wo der uns haben will. Eigentlich hier hinter, oder nicht? Oh. Okay. Wo kommst du denn hier hin jetzt? Ich würde nicht sterben. Kannst du das Skelett ablenken, damit ich meine Quest hier machen kann? Oh Gott, die Bögen... Oh Gott, die Bögen... Die Bögen sind so ungenau, ne? Äh... Das Skelett ist gerade despawned, als ich... Oh mein Gott! Das Skelett ist literally despawned, während der Pfeil darauf zugeflogen ist. Oh Gott! Uff! Warte, hier! Warte, warte! Guck, guck, guck! Guck! Wo ist... Ich kann dir nicht helfen, bis du mich rauskriegst! Mist... Moment, ich muss näher ran. Äh... Was hab ich hier denn noch? Holy shit! Irgendwo brennt's! Unser Schiff brennt, glaub ich. Oh mein Wassereimer kocht! Weil das Wasser kocht! Darum hab ich uns Schaden genommen! Oh lol! Lol! I hate it here! Oh nein! Oh fuck! Oh okay! Oh Gott sei dank! Oh oh! Ja, aber vielleicht nicht die beste Zeit hier anzulegen! Ja! Na, stimmt! Egal, let's go! Ein paar Sekunden später! Oh oh! Ah, warte! Nein! Ah! Ah, jetzt ja! Alles okay? Ich hab meine... Mein... 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 Ja! Ich kann... Ich hab Sprung in der Platte! Ähm... Oh Gott! Äh... Koch ich? Oh, ich koche! Ich koche! Oh, hilf mir! Ich koche! Geil, ich hab ja noch ne Mandarine! Ich hab ne Mandarine, Leute! Ich hab auch noch eine! Willst du herkommen? Ne, ich hab noch mehr Mandarinen! Also... Grundsätzlich schon gern zu dir kommen! Weil jetzt gerade hab ich ne Mandarine! Ich bin besorgen! Ich bin besorgen! Fuck, fuck, fuck! Ah, er hat sich an ihr geklaut! Perfekt! Ah! Nimm deinen Kollegen die Arbeit weg! Ah! 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 Die erste Expedition hat mir actually am meisten Bock auf ne Mandarine gemacht, die anderen waren nicht mehr so gut, aber die erste war... Also eigentlich war die erste mega ätzend, eigentlich war die zweite! Holy shit! Alter! Ich laufe 500 Meter zu meinem Raumschiff, bin 10 Meter davor, auf einmal boostet mich ein Burm wieder 500 Meter in ne andere Richtung! Hey, es hat aufgehört! Ja! Oh Gott sei Dank! Es regnet, es war immer noch Asche, aber... Wuh! Es ist fein! Aha! Habt das? Alles jeder gut! Nein! Es ist nicht gut! Oh Gott! Es ist nicht gut! Oh Gott! Es ist nicht gut! Wenn der Rotlicht wird, aber in einem Haus sehe sieben Leute auf zwei Betten! Ja! Dann mach ich jetzt vier! Okay! Oh! Au! im Sieg soll dir den Weg reisen und erst musst du zu den brennenden Fackeln hoch von Norden reisen! Au! Sobald ich sie für eine Millisekunde treffe werden sie einfach verbrennen egal wohin sie fliegen. Was echt brutal ist eigentlich. Wichtig hin, ob ich sie... Oh shit! Das sieht aber hübsch aus wenn es auf einen zuuuuuck kommt! Für uns denn ich hab da noch einen anderen Weg, der vielleicht dann ein Secret ist! Wow! Ich laufe auch noch mit, wo ich genau weiß, dass der nirgends hinführt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte nach fünf Blöcken. Oh nein, oh Gott sei Dank. Oh, okay, ich wurde einfach weggesniped. Da kommen wir nicht mehr. Nee. Hatte ich der Vulkan abgeworfen oder hat das passiert? Ich muss sagen, Ilga, dein Name ist cooler als der von mir da mit 0 Kelvin cool. Na, bin auch ein bisschen stolz. Warte, Vorsicht, Flachwitz, vor allem cooler kann man gar nicht sein. Der war gut. Der hat mir aufgefallen. Und jetzt nochmal für alle, die nicht direkt bei dir anwesend sind. Ich war gerade ein bisschen traurig, weil ich dachte, er hätte wirklich über meinen Witz gedacht. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ohhhh! Ohhhh! Wait for the game to begin. What effem on. Wait for everyone to finish. You died. What? Ich musste einfach nur auf respawn klicken. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas getan hat. Aber das war witzig. Haben wir alle den Schal genommen? Ernsthaft? Ja, wir haben alle den Schal... Wir haben alle das gleiche genommen. Oh lol! Mein F5 ist ein bisschen kaputt. Mein F5 ist ein bisschen kaputt. In der F5? Was zum Blick? Oh genial! Weißt du noch, wie ich gestorben bin in der ersten Animation? Ich mein, ich kenn den Bug, aber... Das ist dumm aus. Nein! Ihr macht das schon! Oh oh! Ah! Oh fuck! Das war großartig! Okay, oder ihr macht das nicht. Er hat mich genau gesprochen! Ah! Ich bin auch tot! Zum zweiten Mal eine Grinste! Oh Gott! Der ist ja immer noch rechts außen. Der Greyhound. Oh! Oh Gott! Oh fuck! Oh shit! Oh nein! Oh Gott! Wir haben da ja schon seit... Keine Ahnung wie vielen Seasons an den Bots gearbeitet. Ich wüsste so gerne, wohin ich gerade treffen soll. Oh! What? Hedgehog! Äh, Luca! Ja, ich brauche gerade. Und laufen Leute... Ja, da sind sehr viele Leute in diesem Wasserturm. Okay, ich will spawnen einfach. Ja, macht Sinn. Spawnen bei Ilia. Kannst du kurz... Ja, perfekt! Oh! Oh fuck! Ich könnte mich da jetzt hinsetzen! Hahaha! This is fun! Dann zeig das doch mal, Panasai. Stell mich jetzt einfach irgendwo in die Ecke und macht nichts und dann zeig mal, wie man kann. Ich bin ja nicht gut. Ich sag nur, dass es Leute gibt, die gut sind. LOL! Hahaha! Okay! Lass uns mal eine Schatzkarte mit... Oh fuck! Ah! Ich mach schon! Oh shit! Oh! Ich heb dich auf! Äh, da! Ähm... Wie viele Leute passen am Boot vier, ne? Vier! Ja! Let's try this again! What kann schon schief gehen? Weeeee! Oh no! Das da vielleicht! Oh no! Hahaha! Hahaha! Yeah! Fuck shit! Fuck 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 fuck! Aber 10 zu 3! Ich glaube ich hab echt gut gespielt in der einen Runde. Also? Also in der zweiten. Ja, die hatten tatsächlich 3 Leute. Ja. Ist doch jemand nachgejoint. Ja, MVP, Panossa. Hahaha! MVP ist tatsächlich nur die Killanzahl, glaube ich. Nicht mal die KD oder so. Ist irgendwie weird. Ne! KD, aber nicht Kills genauso. Ja, stimmt so war das. Das war irgendwie ganz weird gemacht. Der letzte Strohhalm. Ich will gucken wie viele... Wie viele Killz ich ja. Aber ich hab überhaupt die 1000 Unlocks wie die 3 Level Ups. Ah, Alter. Ich hab so viele Quests geschafft. Ahh. Wieso haben die Quests hinzugefügt? Weil da ist ne KTV von 8,5 Alter. Alter, dann hörst du fast das hin! Oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, shit! Hahaha! 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 Und die Raten sind überdeckt! Cool! Okay! Oh, scheiße! Oh, fuck! Oh, Gott! Ich hab keine Bretter mehr! Oh, Gott! Oh, oh! Ich hätte einfach weiterfahren sollen! Ja, kannst du mal kurz nochmal in das Loch gucken? Hahaha! Ah, reingeguckt! Äh, okay. Ne, 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 ne. Geil! Oh, nein, da kommen die Nächsten. Oh, ey! Oh, voll, okay! Wahnsinn! Bin nichts offen, verdien ich Geld, ja? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hab dich unterbrochen. Fandst du so schön was von... Ja. Das sind mir leid. Nein. Okay, ich halt jetzt die Klappe, bitte rede. Ich will dir deinen Weg noch mitnehmen. Segle, die hast du immer wieder. Anker lichten und los. Au, ja. Und wenn wir mit den Händen ins Wasser und Rudern. Oh, oh, oh. Alter, wir sinken gerade. Wir sinken gerade hardcore. Oh Gott, ich bin tot. Wie tief kann ich dein Loch unterfallen, oder? Ähm... Jetzt, ja. Fuck you. Wait, what? Ähm... Kannst du mal Wasser platzieren? Ich hab keins. Junge, was? Oh, ich steck dir fest. Fuck. Hinter mir kam jemand und hat mich einfach fast gestackt. Oh mein Gott. Steht bei dir hier auch noch ein Typ? Ja. Oh nein. Wir sinken. Ah! Nein! Nein! Du musst Wasser schützen. Wasser schützen. Ja, ja, ja. Ich hab das Gegenteil gemacht. Ja, ja, ja. Ich bin dabei. Was ist passiert? Ach, come on. Der hat irgendwie eine vollautomatische Sniper und sprüht hier einfach hin. Und trifft mich. Rude. Ich sterbe legit auf den Weg zu euch. Weil man so häufig... Weil man so häufig droppen muss. Ich bin auf anderthalb Leben. Und dreieinhalb foot. Und auf nem Skelett. Ich hab Skelette und... Am Arsch und ich kann nicht rennen. Help! He's no spawner. Ja. Ja. Das? Ja. Ich kann spotten. Was? Ich... Ich... Seh nix. Ich hab keine Ruhe mehr. Ich mein nicht genau in... Oh wow. Au. Also hab ich schon... Wow. Ähm. Ähm.